Musik So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Players Unknown Battlegrounds Und ja, letzte Folge lief ja gar nicht schlecht Und wir gucken jetzt mal, was wir hier so erreichen können Wo springen wir denn jetzt mal ab? Wo sind wir denn? Wir kommen dahin Lass mal hier abspringen Das wird jetzt ein bisschen dauern Aber, ja, das passt doch Würde ich mal so behaupten Da sind wir ein bisschen, ja, ein bisschen weg, denke ich mal, von der Masse Die werden hier abgesprungen sein So, wir gehen jetzt raus Und jetzt runter da Es sind hier viele Gucken wir mal Naja, nee Es geht Okay, komm, runter, 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 runter Und Flup Joa, es geht Na, die landen alle da hinten Scheißdreck Naja Wir müssen halt hoffen, dass wir jetzt schnell wieder Waffen finden Okay, hier vorne landet einer Hier ist eine Karre Okay, komm Einfach hoffen, dass hier was ist Komm schon, bitte, 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 bitte Oh ja, die nehmen wir gerne Oh ja, das auch Oh je Die auch Oh ja Nachladen Äh, was haben wir hier noch Äh, warte, wie sieht's aus Ja, es passt Oha Nice Das hat sich doch schon mal gelohnt hier So, komm, rüber da Tür schließen Mal gucken, was ist hier denn noch so Verbannt Und ja, was das letzte Mal ja Was ich gemerkt habe Was ja passiert ist Ich hab ja Ähm Mein Inventar weggeschmissen Das wird mir diesmal eigentlich Wahrscheinlich nicht nochmal passieren Das war halt wirklich meine erste Runde Und Ja Kann halt sowas auch mal vorkommen Haben wir jetzt zweimal die gleiche Waffe? Ne, haben wir nicht Nice Nice Ist hier noch irgendwas? Verbannt Okay, jetzt gucken wir mal kurz Äh, haben wir jetzt schon irgendetwas, was wir ausrüsten können? Naja Hat sich ne Es hat sich aber schon gelohnt Rauchgranate hätten wir auch Ne, hier geht's raus Ist hier noch? Hier geht's auch raus Äh Okay, hier ist nix mehr so wie es aussieht, oder? Ach doch, hier geht's noch hoch Moment Ah, hier geht's noch aufs Dach Ist hier noch irgendwas? Naja Hier ist nichts mehr Also Weiter Komm, wir müssen Wir müssen los Okay, wir sind da Let's go Und die nächste Hütte Wir müssen halt hier ein bisschen Risiko erstmal gehen Es regnet halt auch Das ist ein bisschen blöd Vom Ton her Oh, hier war noch keiner drin Perfekt Nein, Benzinkanister Oh, was haben wir denn hier? Energy Drink Soll ich mir die mitnehmen? Ich weiß es halt nicht Okay Es sieht noch in Ordnung aus So, komm Lad mal nach Ist hier noch irgendwas? Ne, ich hätte mal gern Aufsätze Wenn wir hier irgendetwas Was wir Benutzen können Alter, wie viele Waffen Finden wir gerade? Ist ja krass So eine AK, oder? AKM Hat die für Stats Energy Drink Nehmen wir mal Komm, das brauchen wir nicht mehr Nehmen wir noch den Verband mit Ne, die lassen wir hier Das lassen wir auch hier Ist hier noch irgendwas? Eine Schaufel Yo, Leute Was geht hier ab? Ähm Oh ja Kann ich damit was anfangen? Nein Damit auch nicht Damit auch nicht Aber damit So, damit kann ich auch was anfangen So, packen wir das mal hier drauf Ähm Oh ja, ein Motorradhelm Nehme ich auch gern mit Polizeiweste Polizeiweste Nehme ich auch gerne Energy Drink auch Oh nein Wir haben hier Ein Zoom drauf Perfekt So Dann belassen wir das mal hier bei Alter, wir haben hier gerade so ein Lootglück Wenn das jetzt gleich auch noch so klappt Äh, wo gehen wir jetzt hin? Wir bräuchten eine Karre Gibt es hier so irgendetwas? So ein Auto oder so? Wir haben ja Benzin Lass hier nochmal reingehen Vielleicht finden wir ja eine Sniper oder so Ne, eine Schnellfeuerwaffe möchte ich jetzt Jo, noch mehr Shotguns Ich brauche das ganze Zeug net Ne, brauche ich auch net Brauche ich auch nicht Ne, ne Brauche ich alles net Also net mehr Mich freut es natürlich, dass es hier liegt Aber Kann damit nichts mehr anfangen Muss man halt so Knallhart sagen Ist hier noch irgendwas? Nein Könnte halt noch Aufsätze gebrauchen Sieht die Map aus Ja, es passt Tür schließen Oh ja, weiter das Magazin Kann man da was anfangen? Jo Da fällt mir gerade was ein Habe ich doch hier auch drauf Ne, hier ist nix Jetzt hier noch was Okay Mündungsdämpfer In welche Richtung muss ich denn jetzt? Ja, in die Richtung Also dahin Lass uns mal losgehen Okay, okay, okay Wir müssen halt aufpassen Sollen sich alle ruhig hier Abknallen wie noch was Wir machen hier unser Ding Oh ja, Helmstufe 2 Perfekt Kampfhose Was geht's? Ist hier noch was? Was? Moment Erweiter das Magazin für die Pistole? Oh ja, das nehme ich auch gerne Okay Und wie gesagt Hier in dem Let's Play werde ich ein bisschen ruhiger sein Und so Das ist jetzt nicht so was Was? Zweimal Scope Zweifach Scope Klo haben wir hier jetzt auch drauf Gut, komm Das hauen wir mal weg Das brauchen wir nicht Okay Das sieht so aus Nice Ist das die richtige Richtung? Jupp So Ich will mal, dass uns keiner gesehen hat Oh ja Aber jetzt Moment Doof, dass es regnet Polizeiweiße brauchen wir keine mehr Hier waren Leute drin Ich glaub diese Fußstapfen soll doch verdeutlichen Dass hier jemand drin war, oder? Oder waren wir das? Die da drin waren Und wir gucken mal Da waren Schüsse Also hier unmittelbar in der Nähe sind irgendwelche Leute Oh So Wir sind wieder im Bereich drin Im markierten Okay Jetzt sind wir halt sehr im offenen Gebiet Das ist scheiße Das ist richtig scheiße Was ist da wer? So Lauf, 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 lauf Wir müssen jetzt hier Ähm Wir müssen da in die Richtung Ist da irgendwas? Oh ja Da sind Häuser Da können wir Deckung suchen Hoffentlich Werden wir jetzt nicht entdeckt So Hier ein bisschen In der Deckung bleiben Wir gehen mal so Dass wir Eigentlich nicht gesehen werden dürften Außer von vorne und von hinten Ich weiß halt immer noch nicht Wie man sich hinlegt Also wenn da jemand mal Äh Was Weiß oder so Gern da mit in die Kommentare Hat da nicht jemand Ne Es sah nur so aus Da hinten war doch jemand oder? Ich hab halt leider keinen Schalldämpfer Was ein bisschen blöd ist Mist Das ist ein Baum Das ist auch ein Baum Oh ich denke Alles ist Gegner Hier alles was klein ist Irgendwie ist ein Gegner Denk ich mir so Was ja ich sag mal Im Grunde genommen Und nicht falsch ist Diese Bedenken Gut dass ich dieses Vierfach Scope hab Der kann man gut Äh Scouten Alter es sieht doch Diese ganzen Bücher Sehen aus Als wären das Irgendwelche Gegner Ohne Mist Ich seh hier aber nix Haben wir hier noch irgendwas Oh Mündungsfeuer Dings da Bums Verdammt Können wir nicht einsetzen Also raus damit Okay Das Ring verkleinert sich in zwei Minuten Äh in 30 Sekunden Okay Gucken wir mal Ja wir sind ja im Ring Drinnen Also kein Ne Sorge Jo Ich würde mir Oh ja Hier sind Zweifach Scope Nehmen wir einfach mal mit Kann ich dieses Schnellzugriff Nehmen Nein Okay dann lassen wir das erstmal So Polizeiweiße Stufe 1 Haben wir ja schon Hier ist auch nix mehr Schade Oh hier ist Wasser Ich weiß nicht wie sich das verhält Mit Wasser Wir lassen es Wir gehen das Risiko Mal nicht so groß ein Komm wir gehen mal hier links Schnell wieder in die Deckung rein Und hoffen dass sie nicht hier abgeknallt werden Okay hier war noch keiner Sonst wäre das schon weg Perfekt Erste Hilfe Koffer Perfekt Äh Wo war das jetzt Brauchen wir das Ach ne Was für eine Shotgun Brauche ich nicht So Looten wir hier jetzt nochmal Oh oh Der Ring wird kleiner Der Ring wird kleiner Ist hier noch was Oh Rotpunkt Visier Das mach ich mir gerne hier auf die Sekundärwaffe Sagen wir mal so Ja Das machen wir Machen wir uns hier drauf Ist hier noch wer Ich sehe nichts Was ist hier Ach ne Das brauchen wir nicht Ist hier noch irgendwas Hier ist das Treppenhaus Ist hier draußen noch was Oh ja wir haben jetzt hier Munition Das ist Verband Nicht genug Platz Okay Jetzt gucken wir erst mal Okay wir Woah 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 Shit Wir müssen hier weg Zwar schnell In die Richtung In die Richtung oder Jo Wir müssen hier weg Aber sehr sehr schnell Mal abgesehen davon Und dass hier Der Was weiß ich Schlag Hier runter kommt Müssen wir sehen Dass wir hier weiter Ähm Zum Mittelpunkt Kommen Auch wenn wir bis jetzt Noch keinen gekillt haben Wir haben bis jetzt Uns schon gut geschlagen Würde ich mal so sagen Wir haben gut überlebt Jetzt wird es halt immer Heikler Denk ich mal So komm Let's go Aber dass wir noch Keinen gesehen haben Ist krass Was da vielleicht Wer Ich weiß es halt nicht Liegt hier vielleicht noch Irgendwie Lootzeug Oder Irgendetwas Oh oh Nein Komm schon Ah Diese doofen Bugs Nein Da entlang bitte Da entlang Ja Au Ja Genau Der hat ne Sniper Ist klar Der liegt da rum Wie kann man sich denn hinlegen Bitteschön Ah Das war jetzt mies Naja War trotzdem ne gute Runde Und ja Wenn euch das Video gefallen hat Lasst doch gern Ein Like da Und dann Schreibt mir auch gern In die Kommentare Wie man sich hinlegt Weil ich hab keinen Plan Und dann Bis zur nächsten Folge Players Und Battlegrounds Bis dann Ciao G So,